Tja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es endlich soweit, unsere seit drei Jahren geplante Radtour von Berlin zurück nach Hause, ungefähr 200 Kilometer. Es geht endlich los, wir haben schönes Wetter, wie man schon sieht. Morgen ist Herentag und ich hoffe, wir kommen gut durch und vor allen Dingen, dass wir es schaffen und mal gucken, wie der Arsch brennt. Schauen wir mal. Wie man sieht, mein Fahrrad ist gut verpackt, genügend Materialien habe ich mit. Ich hole jetzt gleich den ersten ab und dann fahren wir nach Lippens Lust zum Bahnhof. Von dort steigen wir ein und dann zum Berliner Hauptbahnhof und dann wieder zurück das Ganze. Und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, dann bleibt dran. Wir sind nicht in Lu, wir sind in Grabo, abgekürzelt. Zeit gespart. Abkürzelt, Lu. Ja. 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 Uh. Hallo. Hallo. Hallo, hallo du verrückter Mango. Da sitzt du schonmal im Zug. Jetzt geht's voll ran. Gerade so geschafft. Auf dem letzten Drucker das Ziel erreicht. Den ersten اتappenziel. Rappenburger Tor, da sind wir, oh mein Fahrrad, alles wird gut, ja, schöne Gäste auch, lecker schmeckt, jetzt gehts weiter und dann sehen wir uns nachher gleich im Wald, denk ich mal, bis dahin. Zwischenstopp an der Tanke, Bierchen kaufen, Durst, ja, wir sind am Drachenberg endlich angekommen, Puh, ich war da hoch und ich glaube, wir müssen das noch wieder runter, ja, gut, schauen wir mal, wo die Reise noch so hingeht. Soll ich es nütze? Ja, war anstrengend auf jeden Fall. Soll ich jetzt mal den Elektrolythaushalt auftreten, quasi Bierchen richtigst. Willkommen to the jungle. Marcel. So, wir sind endlich angekommen, wir sind jetzt in der Nähe von Teufelsberg. da war echt hoch und runter, hätten wir jetzt nicht gedacht, aber wir haben hier einen geilen Platz gefunden, ich denke mal, es wird eine verdammt geile Nacht. So, Lager steht. Tobi? Ja? Achso, ich dachte, du wärst mal in der Nähe. Nee, weiter weg. Und weil er heute noch an Geburtstag ist, gibt's noch ein Leichtbier und Schnaps. Uiuiuiuiui. Tja, guten Morgen, da bin ich wieder. Ja, gestern hab ich keine Lust gehabt zum Film. Es war hart. Wir haben bis über 60 Kilometer geschafft. Aber es war brütend heiß. Ich konnte einfach nicht mehr. Jetzt sind wir kurz hinter der Friesack. Haben also gestern unsere Etappe geschafft. Problem ist jetzt, es kommt über heute Nacht ein ordentliches Regen tief rein. Jetzt wissen wir noch nicht, ob wir abbrechen oder mit dem Zug bei uns etwas näher ran fahren. Ein bisschen abkürzender quasi. Mal gucken. Jetzt fahren wir erst mal gleich Wasser einkaufen. Wir haben alle mal einen Duest. Guckuck und muck. Guckuck. Ganz shuttertig aber drauf. Guckuck. Guckuck, beauty, beauty, beauty. Guten Appetit. Elah, Elah lokala嫖. bic. �'. Na Jungs, wie ist das Wirk. Bombe, das war eine Bombe. So, die nächsten 100 Kilometer gehen. Auf jeden Fall, bis Sonntag haben wir noch Zeit. Tja Leute, hier sehen wir mal so einen richtigen Wildschaden. Wo die Rehe, die Böcke, sich im Frühjahr dann nachher den Bast vom Geweih abschrubben. Sieht natürlich schade aus, schlecht aus. Und oft geht der Baum auch da dran zugrunde. Ich glaube nicht, dass wie der das hier überlebt, der wird da auch. Man sieht ja schon trockenerisse. Da sieht man das auch. Wir sind schon trockenerisse, das heißt, der Stamm trocknet schon. Der wird also nicht alt werden, der Baum. Und hier ist jede Menge davon zu sehen. Eigentlich fast jeder Baum ist hier angeknaddelt. Hier sieht man das auch nochmal richtig. Ah, der ist kaputt. Hier gibt es in diesen Weltregierungen gibt es auch Hirsche. Obwohl, ja, das ist noch ziemlich weit unten. Hirsche sind eigentlich so mehr hier oben, der hier. Na ja. Aber ein schöner Jungle hier. Geil. Das Vogelgezwitscher, das geht schon weiß ich wie viele Stunden wieder. Tja, übrigens wir sind gestern noch so ungefähr 40 Kilometer insgesamt gefahren. Wir sind gestern nach Friesack mit dem Fahrrad. Das waren so 23 Kilometer. Roundabout. Und sind dort im Zug eingestiegen, weil ja ein Regengebiet kam. Und deswegen wollten wir abkürzen. Sind dann in Grabo wieder ausgestiegen und zum Bekannten im Wald jetzt gefahren. Weil wir dort hatten eine Hütte, wo wir wussten, dass wir krillen dürfen. Und ja, das waren dann auch nochmal so 18 Kilometer oder sowas. Also so grob 40 Kilometer waren es gestern nochmal. Wir haben jetzt nochmal 6 Kilometer oder sowas bis nach Hause. Nicht ganz geschafft, das Ziel. Aber zurück sind wir trotzdem. Und es hat eine Menge Spaß gemacht und einen großen Muskelkater. Naja, jetzt wollen wir mal schauen, wie der Tag noch so wird. Noch ein bisschen müde. Naja, auf jeden Fall hat es schon mal Spaß gemacht. Vielleicht kommen noch ein paar Aufnahmen. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Die Sonne kommt auf jeden Fall raus. Wir müssen nachher noch zusammenpacken. Das ganze nasse Zeug. Deswegen hatten wir auch abgekürzt, weil wir nicht nochmal nass aufbauen wollten. Weil eigentlich war das Wetter anders angesagt. Dass eigentlich heute Sonnabend eigentlich erst Regen kommen sollte. Nicht Freitag schon. Deswegen haben wir jetzt abgekürzt. Naja. Auf jeden Fall hat es trotzdem Spaß gemacht. Und ich hoffe es hat Spaß gemacht zuzugucken. Bis zum nächsten Mal. Und wer den Kratzen kam. Ich habe den Poten gekluckt. Das macht man es nicht. Okay. Ich komme dazu und ein Outtake. Ja. Jahresrückblick. Ach ja, das wird jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020